Ebenfalls ganz frisch eingetroffen, das Sony Xperia U. Die Besonderheit hier, dieser untere Teil, der lässt sich gegen andersfarbige austauschen. Und die transparente Leiste darüber, die wird schick beleuchtet und zwar genau in der Farbe, in der Hauptfarbe des Bildes, das gerade angezeigt wird. Eine schicke Spielerei, ohne praktischen Nutzen zugegebenermaßen. Aber es soll ja Leute geben, die auf sowas stehen. Warum nicht? Ansonsten schauen wir uns auch hier zunächst mal kurz den Inhalt an. Der dürfte ziemlich genau derselbe sein. Also da haben wir das USB-Kabel, Stereo-Kopfhörer, passend in der Farbe, in weiß in diesem Fall. Und das Ladegerät, das haben wir hier noch schickes drin, wieder dieser Adapter, wie vorhin auch schon beim Xperia U, also wo ich Micro-SIM-Karten dann einschieben kann. Und hier haben wir zum Beispiel jetzt eine Kappe. Da sieht man mal, die kann da unten dann ausgetauscht werden. Wahrscheinlich lassen sich dann auch weitere käuflich erwerben. Auch eine schicke Geschichte. Ich vermute jetzt einfach mal, dass es sich hier um einen kleinen Putzlappen handelt. Genau, der dann auch noch aufgeklebt werden kann. Das ist ja halt immer das Schicksal dieser ganzen Handys mit Touchscreen, dass die natürlich permanent verschmutzen. Da gibt es zwar Bemühungen, dass da jetzt eine neue Oberfläche schon im Kommen ist, die dann nicht so empfindlich ist und vor allen Dingen auch matt ist. Dann ließen sich die Dinger endlich mal auch im Freien schön ablesen. Aber das wird wahrscheinlich noch ein paar Jährchen dauern. Ansonsten, Moment, das müssen wir einfach mal abnehmen. Handelt es sich sozusagen ums Nesthäkchen mit dem kleinsten Display. Da haben wir 3,5 Zoll statt 3,7 Zoll wie beim Solar. Und nochmal zur Erinnerung, 4,3 Zoll beim Flaggschiff, beim Xperia S. Das ist allerdings dieselbe Auflösung, 480 x 854 Bildpunkte wie beim Solar. Das heißt, hier sind dann die Bildpunkte noch ein bisschen enger gepackt. Dadurch wird dann die Auflösung natürlich etwas höher, also die Texte werden schärfer angezeigt. Ansonsten fällt auf mit 54 Millimetern in der Breite nochmal eine ganze Ecke. Ich hole vielleicht nochmal einfach das Solar dazu. Dass man sieht, also doch eine ganze Spur schmaler, liegt dadurch natürlich nochmal ein bisschen besser in der Hand. Ist ein bisschen dicker allerdings. In dem Fall sind es hier laut Hersteller 12 Millimeter. Im Vergleich dazu das Solar rechts, das rote, das wären dann 9,9 Millimeter. Also das macht schon ein bisschen was aus. Vom Gewicht her sind die relativ identisch. Das Solar mit 107 Gramm, hier 110 Gramm beim U. Also das macht den Braten dann auch nicht mehr fett. Ansonsten wollen wir es auch nochmal aufmachen. Wir haben hier hinten quasi dieselbe Kamera wie auch beim Solar. 5 Megapixel, kein BSI-Sensor, sondern der ganz normale Standardsensor. Videos auch wieder mit 720p. Es bleibt alles beim Alten. Man sieht allerdings schon auf den ersten Blick, ich lege es vielleicht mal so quer ins Bild, dann kann man es sogar noch besser sehen. Also es gibt leider Gottes keinen Slot für MicroSD-Karten. Das heißt, der interne Speicher kann nicht aufgerüstet werden. Der beträgt 8 GB, von denen dann im Werkszustand laut Hersteller etwa noch so 4 GB frei sind. Und das ist natürlich jetzt nicht wahnsinnig viel. 4 GB nicht aufrüstbar. Das dürfte für manch einen dann schon das Ausschlusskriterium sein. Ansonsten, wie gesagt, hier gibt es den Slot für die ganz normalen SD-Karten. Und ansonsten gibt es nicht allzu viel zu diesem Gerät zu vermerken. Jetzt sehe ich nur gerade, dass ich es nicht einschalten kann, weil aus irgendwelchen Gründen hier jetzt der Akku nicht beigelegt ist. Da muss ich jetzt ganz kurz um Geduld bitten. Da ist er. Dann können wir auch gleich mal einen Blick drauf werfen. Also, was haben wir hier? 1290 mAh. Das ist für ein relativ kleines Display dann auch in Ordnung. Damit sollte man auf jeden Fall mindestens ein, zwei Tage dann auch über die Runden kommen bei durchschnittlicher Nutzung. Hier haben wir oben den Einschalter. So, ansonsten kann ich ja noch ein bisschen über die Ausstattung erzählen. Da haben wir wieder einen Dual-Core-Prozessor mit 2x1,0 Gigahertz. Also genauso kräftig wie beim Solar. Allerdings fehlt NFC. Die Kamera hatten wir schon gesagt. Ansonsten HSPA, das übliche, 14,4 in den Downloads und 5,76 Megabit pro Sekunde im Upload. Hier sieht man jetzt auch schon mal, wie schön das dann aussehen kann mit diesen farbig beleuchteten, mit dieser transparenten Leiste. Vielleicht kann man das auch noch mal ein bisschen demonstrieren, dass es also wirklich durchsichtig ist. Also man kann jetzt hier, ich hoffe, das wird auch im Video sichtbar, erkennen, wie hier drunter dieses rote Solar liegt. Und dass das wirklich eine komplett transparente Fläche ist hier. Sieht ultra schick aus. Hatten wir ja auch schon mal im Xperia S. Da könnte ich mir vorstellen, dass es da vor einigen wahrscheinlich bei der jüngeren Zielgruppe Anklang findet. Insbesondere deswegen wahrscheinlich auch die Unterstützung von PlayStation Games. Man erinnert sich, da gab es ja vor, mittlerweile schätze ich, einem Jahr oder sowas schon, dass jetzt PlayStation die Spiele teilweise Android-kompatibel macht. Und das, wie gesagt, ist jetzt hier auch gegeben. Gerade merke ich allerdings, dass es hier ein bisschen problematisch ist. Wir haben, das liegt an diesem Logo hier hinten. Es ist sowieso ein leicht gewölbter Rücken und da ragt das Logo jetzt noch ein kleines bisschen raus, was dann zur Folge hat, wenn das Gerät flach auf dem Tisch liegt und man versucht es zu bedienen, wackelt es dann also bei jeder Gelegenheit. Das finde ich persönlich jetzt ungünstig, weil ich habe so ein Gerät auch gerne mal auf dem Schreibtisch liegen und will mal vielleicht einen Termin nachschauen oder eine Adresse oder was auch immer. Dann habe ich hier dann schon mal schlechte Karten. Ansonsten sieht man, wie gesagt, kleineres Display, höhere Auflösung. Die Schriften sind natürlich arg grenzwertig schon in diesem Fall. Ich werde in der Zwischenzeit auch noch mal das Solar einschalten, dass man vielleicht da noch mal einen direkten Vergleich auch hat, was die Schriftgröße betrifft. Scharf sind sie, gar keine Frage. Auch hier im Menü das ähnliche Problem. Also wer keine Probleme hat mit den Augen, der wird da drüber hinwegsehen können. Wer, wie gesagt, schon ein bisschen älter ist, so wie ich und vielleicht dann normalerweise eine Brille braucht zum Lesen, da könnte das dann ohne problematisch werden. Also bei mir geht es jetzt Gott sei Dank noch, sonst hätte ich jetzt hier Schwierigkeiten zu erkennen, was ich denn da tippe und versuche gerade noch ein bisschen zu überbrücken, die Zeit, bis ich hier das Solar noch mal neu gestartet habe. So, da sind wir. Also jetzt noch mal direkter Unterschied. Also hier beispielsweise diese Schriften da unten. Die, ich zoome noch mal ein bisschen näher ran, dass man es vielleicht noch etwas besser erkennen kann. So, also es geht mir um diese Schriften beispielsweise hier unten. Da hat man ja auch dieselben Anzeigen mit Media und Market, Messaging, Telefon. Da kann man dann hoffentlich auch jetzt im Video erkennen, dass es da schon ein bisschen kleiner hier ist, aber nur unwesentlich. Also wie gesagt, wer Probleme hat, der kommt da ohnehin nicht um seine Brille umhin. Aber ansonsten kann man damit durchaus leben, aber es ist natürlich nicht optimal. Jetzt lege ich das Solar aber noch mal beiseite. Wir wollen uns ja eigentlich hier auf das Xperia U konzentrieren. Und da haben wir dasselbe Problem wiederum. Es handelt sich erst mal nur um Android 2.3. Ein Upgrade ist zwar versprochen, das auch demnächst kommen soll. Aber man weiß ja, wie das so ist. Außerdem demnächst kann durchaus auch noch mal zwei, drei Monate werden. Warten wir es mal ab. 110 Gramm, also sehr leicht und durch dieses Plastikfeeling jetzt nicht unbedingt sonderlich hochwertig. Hochwertig, aber durchaus ein schickes Gerät, gar keine Frage. Das dann vor allen Dingen natürlich auch im Querformat beim Browsen beispielsweise. Jetzt kann ich natürlich hier keine Seite aufrufen, weil ich noch keine Internetverbindung habe. Durchaus schick. Dieses White Magic müsste man jetzt allerdings, da könnte man vielleicht noch mal die Einstellungen entsprechend ändern. Das kennt man auch schon vom Xperia S her. Da hat eben Sony beim Display noch ein viertes Subpixel dazu gemixt, nämlich ein weißes. Und dann noch mal ganz besonders die Helligkeit, ah hier automatische Helligkeit, ist natürlich aktiviert gewesen. So, jetzt habe ich das mal auf Maximum gestellt. Und gehen wir mal, Messaging ist glaube ich ein weißer Hintergrund normalerweise. Also, nee, hier ist jetzt nichts vermerkt. Neues Gespräch. Ja, naja, da kann man so ein bisschen vielleicht jetzt, nee, nicht wirklich. Muss ich mir mal einen anderen Hintergrund suchen. Der Browser, auch wenn da nichts angezeigt werden kann. Genau, haben wir wenigstens einen weißen Hintergrund. Also, da soll jetzt bis zu 900 Candela, also eine sehr große Helligkeit, erzeugt werden. Und dadurch soll sich das Display dann auch draußen, beispielsweise im helllichten Sonnenschein, sehr gut ablesen lassen. Beim Xperia S habe ich das mal ausprobiert. Das funktionierte in der Tat recht gut. Noch nicht optimal, weil wie alle, man sieht es jetzt auch hier schon, hat es eben halt ein verspiegeltes Display. Und das ist das Hauptproblem bei diesen ganzen Touchscreen-Geräten. Da ist aber das eine so schlecht wie das andere sozusagen. Gut ablesen, auch aus seitlichen Blickwinkeln lässt sich das Display. Das kann man, glaube ich, jetzt auch hier schon so erkennen. Wie gesagt, wenn man von der Spiegelung einmal absieht. Das ist also schon hochwertig. Das Übliche, es nennt sich eben halt ein Reality-Display und entspricht dem, was HTC beispielsweise Super-LCD 2 nennt. Das heißt, die Zwischenschichten wurden weggelassen. Dadurch liegt die Anzeige relativ dicht unten an dieser schützenden Oberfläche. Und dadurch lässt sich es eben halt ganz besonders gut ablesen. Allerdings nicht so gut wie bei AMOLED oder IPS auf dem iPhone. Soweit der erste Eindruck. 259 Euro, das muss ich noch loswerden, soll das Gerät ohne Vertrag kosten. So die UVP des Herstellers. Und damit doch eine ganze Ecke günstiger als das Solar mit 349 wohlgemerkt. Und sowieso nochmal als das Flaggschiff. Von daher das günstigste auch. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere in Erwägung zieht, sich dieses Gerät zuzulegen. Was man machen kann. Wie gesagt, bei 4 GB netto darf ich dann aber nicht allzu viele Fotos schießen, Videos schießen. Und vor allen Dingen auch nicht meine Musiksammlung immer vollständig dabei haben wollen. Fürs reine Telefonieren, ein paar E-Mails, Kontaktdaten, SMS und so weiter. Und für natürlich noch etliche Apps obendrauf reicht es. Keine Frage. Aber es lässt sich eben halt nicht erweitern, wenn man dann doch mal Multimedia damit betreiben will. Deswegen würde ich sagen, jetzt warten wir mal den finalen Test ab. Wie denn überhaupt die multimedialen Qualitäten des Xperia U sind. Ob sich das dann lohnt oder ob man sagt, da kann man eh drauf verzichten. Das ist sowieso nur was so für Apps und Navigation. GPS hat es natürlich an Bord und so weiter. Dann wäre es ja auch noch in Ordnung. Also der finale Test wie immer so in etwa zwei Wochen hier auf focus.de slash Handytests.